Die Gedenkfeier für Gabe ist rum und jetzt sollten wir mal mit so ein paar Leuten hier reden. Das Telefon rastet auch schon wieder komplett aus. Hey, hast du einen Moment, um im Laden vorbeizukommen? Gleich, was ist los? Nichts Wissiges, ich erzähl dir, wenn du hier bist. Okay. Also dann, Steph im Plattenladen, die Apotheke wollen wir besuchen und wir wollen zum Blumenladen, weil Mac dort sein könnte. Interessant. Auf der einen Seite gibt es die öbliche Straße und die Freiheit, um mich aus meinen Problemen zu rennen. Auf der anderen Seite ist das Helmethaar. Oh, du hörst über den Erkrankten. War es auf der News? Nein, niemand hat noch gefeuert. Noch nicht. Besser ist es. Ja, ja, das wird sich wohl auch leider nicht so bald ändern, ne? Also, jetzt nicht, weil ich will, dass der Typ keinen Job mehr hat, sondern weil der Laden halt so bald damit keine Probleme kriegen wird, denke ich. Die tun das als Unfall ab und Gutes. Ich bin nicht sicher, wenn die Worte Gabe Chen und Wake stoppen werden, dass es weirrt werden wird. Aber jetzt ist es nicht. Hey, warte mal, wir haben jetzt gerade das erste Mal die Möglichkeit, hier wirklich frei in Helden rumzulaufen, ne? Ach, cool. Okay, das müssen wir natürlich auch nutzen, Leute. Ja, ja, werden wir auf jeden Fall machen. Oh, die Szene kennt man auch schon, die Szene kennt man auch schon, warte ganz kurz. Das Boot muss ich mir erst angucken. Ah, das ist Duckies Boot. Oh, die Stadt? Ja. Ja, es ist nett. Die Stadt ist mega, ja. Setz dich mal hier hin. Hey. Ja, das ist eine von den Szenen, die man schon als Video im Vorhinein bei YouTube sehen konnte. Und da dachte ich halt auch schon so, ja... Es ist eindeutig, life is strange. Hm. Ich würde sagen, ja. Ich würde auf jeden Fall hierbleiben. Aber ich will hier nicht, ohne Antworten über Gabe. Mhm. Zumindest weiß ich das. Ja. Boah, sieht das schön aus. Und wieder so ein schöner Song im Hintergrund, alter WTF, Mann! Ja, ich würde auf jeden Fall hierbleiben wollen, glaube ich. Ich meine, klar, es ist vielleicht ein bisschen schwierig, das zu verarbeiten, was mit Gabe hier passiert ist. Aber das fühlt sich so nach zu Hause an. Hier, die Leute sind alle so nett und so hilfsbereit, zuvorkommt. Und das ist halt eine so schöne Gegend hier, ne? Und ich meine, du hast hier ein echt schönes Apartment da oben, ne? Als Wohnung. Du wohnst quasi direkt mit deinem Job, so, alles easy. Du hast einen Job mit richtig netten Leuten, so. Also, ja. Du wohnst basically die ganze Zeit im Urlaubsort, so. Das ist doch... Ich glaube, das ist schon nice. Ich meine, klar, du bist halt auch relativ abgeschnitten vom ganzen Rest der Welt, so. Muss man mögen. Weiß ich nicht, ja. Also, wenn es hier Incident gibt, dann bleiben wir. Aber ist das schön, ja, auch mit dem Sonnenuntergang und so. Weißt du, wo ist Sonnenuntergang? Wo ist die Sonne? Ja, doch, ja, doch Sonnenuntergang. Ne, wirst du, warte mal. Sonnenaufgang müsste das sein, oder? Ja, ja, neun Uhr morgens war ja gerade noch. Das müsste Sonnenaufgang sein. Kann ich auf die Uhr gucken? Äh, nö, unser Land hat keine Uhr. Toll. Oh, warte mal. Ich arbeite an einem neuen Abenteuer für Haven. Meldet euch bei mir, falls ihr teilnehmen wollt. Und das wollt ihr. Hm. Welch verrückte Warte und das Nächstes? Schickt mir eine Nachricht und findet es heraus. Aha. Okay. Well. Ja, 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 ich gucke ja schon in den Park, Mann. Ich gucke ja schon. Ah, wer bist du? Kein Kommentar? Alles klar. Oh, was ist das? Tragisch. Jetzt ist es nicht Zeit, den Rest der Haven zu schauen. Ach, da gibt es noch mehr? Was? Ach, als ob. Aber was ist denn das hier? Ist das für das Fest, oder ist das der Leichentransport? Naja, es sieht eher aus, als wäre es für das Fest oder so geschmückt, ne? Ach, Jungs, lasst doch euren Müll nicht überall stehen. Jedenfalls nicht im Park, ne? Also. Ja, Typhoon ist hier groß mit drinnen, ne? Überall. Das ist so eine Konstante, die man hier immer wieder hat. Sei es um die Mine, um irgendwelche Sponsorings oder um... Ne, die haben ja überall ihre Finger im Spiel. Oh, sorry. Du bist gut. Was? Hä? Okay, whatever. Vogelwettbewerb? Okay. Dankeschön. Ich fühle mich, dass es hier eine Lässe gibt, über Liebe, die eine Mark auf der Welt zu verlassen. Aber ich bin nicht in der verdammten Mood. Ich kann es nicht wirklich entziffern, leider. Oh, wow. Er erinnert so ein bisschen an Ducky, kann das sein? Das ist cool. In einem Wicker-Mann-Sorten-Werden. Das fängt dann irgendwie so ein bisschen an Ducky. Oh, hi. Das ist total. Er war so jung. Er muss über Gabe reden. Ja, wahrscheinlich. Man guckt da aus dem Müller, weil wir doch die Flaschen entsorgen können. Naja. Die läuft hier echt die ganze Zeit im Kreis. Weiß schon, dass so Joggen anders geht. Und dann musst du ein bisschen schneller unterwegs sein, Mädel. Ah, hier ist Ethan. Ey. Oh. Den habe ich ja eh schon besucht. Das ist ja genau das, was ich mich schon gefragt habe, wie er damit umgeht, ne? Genau das. Ja, genau so siehst du auch aus. Okay. Okay. Definitiv nicht mein. Richtig. Ich bin hier für dich. Wenn du mich brauchen. Naja. Naja, naja, naja. Aber wie soll es ihm auch schon gehen, ne? Ich glaube nicht, dass diese ganze Stadt ein Pagan-Kult ist. Aber ich kann es auch nicht ausrufen. Ach, das sind Fische. Oder ein Fisch. Ja, das ist ein Fisch. Was ist eigentlich... Was ist schön. Hat was. Too bad, ich kann nicht einfach von all this ausruhen. Ähm. Warum ist da abgesperrt? Oh. At this point, I wouldn't be surprised, if the spring festival ends with a ritual sacrifice. Heh. Please not. Okay. Ja, ist ein schöner kleiner Park. Ist ein schöner kleiner Park. Ich wollte mir noch die Jungs in Imedia angucken. Autorfreund. Autor. Ich habe gerade angefangen. Ich habe keine Idee, was ich mache. Schönes Picknick hier. Das ist großartig. Wir wollten uns ein Klasse zusammen, richtig? Wir machen kreative Writungen. Aber das wird nicht starten bis zum Sommer. Was ist das Rutsch? Ich glaube, ich... Nein, du bist richtig. Du bist richtig. Hm. Was ist, wenn ich morgens am Morgen? Just wie dieser Typ? Was habe ich mit meinem Leben gemacht? Ich habe keine Antworten für das. Darauf gibt es keine einfachen Antworten, ne. Ich glaube, das ist diese Frage, die sich jeder irgendwann mal stellt. Es gibt immer so diesen einen Auslösepunkt, wo du dir denkst, so, was wäre eigentlich, wenn mein Leben morgen vorbei ist? Habe ich irgendwas erreicht? Hm. Schwierige Frage, ne. Also ich meine für mich nicht. Ich habe tausend Abonnenten auf YouTube. Ich habe auf jeden Fall alles erreicht, weil ich mir nur erreichen könnte, ne. Ähm, ja. Aha. Ja, ich schon. Das kann ich nachvollziehen. Ja. Absolut. Ich glaube, er will auch gerade eh mit niemandem reden. Jedenfalls wollte er nicht mit mir reden. Oh. Disc Golf. Was ist denn Disc Golf? Okay. Just small town things wahrscheinlich. Hey, es ist so schön hier, ne? Das war jetzt Zufall. Okay, ich wusste nicht, dass man den Vogel wirklich suchen kann. Dann guckt sie ja mal in der vollkommen falschen Richtung. Aber ja, wir geben ihm mal Bescheid. Mal schauen. Einfach Vogelsidequest hier, let's go. Es ist ein großes Vogel hier drüber. Geräusche? Das könnte mein Hauk sein. Danke. Sicher, kein Problem. Willst du dich abkürzend durch den Park nehmen, Mädel? Ich glaube, sie ist ein bisschen planlos. Ich glaube, sie ist ein bisschen planlos. Ah, jetzt hast du es geschafft. Okay, cool. Oh, Mann, oh, Mann. Ernsthaft? Apropos planlos. Danke für die Geräusche. Oh, Mann. Komm, zieht es das jetzt noch irgendwie? Oder kriegt man da noch irgendwas? Oder? Ich folge einfach mal unauffällig. Na? Ähm. Mädel, da oben rechts, ne? Also. Mädel. Da, da oben. Da. Du guckst halt natürlich drauf. Da oben. Da. Alles klar. Ich glaube, Pike hat wirklich seine Arbeit aus dem letzten paar Tagen ausgelöst. hmmm Hey Pike Hey Hey How are you holding up? Hm 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 Ja Ja, genau Scheiße Frage Hey Ich will dir wissen, was ich da gesagt habe Gabi war etwas anderes Er konnte mir ein Lachen auf meine Gesichter, sogar auf den schlimmsten Tagen Ja Das ist das, was alle gesagt haben Und äh Wenn du bereit bist Ich brauche noch deine Statement für die Anrufe Hm Ja, da möchte ich mich vorher noch ein bisschen Ne Umschauen, wenn es geht Ich denke, ich werde bald bereit sein Ja 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 Kein Rettung Hm Ja, der ist nett Ja, aber überall diese Skulpturen hier Die sind cool, ist schön Wer macht denn die? Wisst mir das schon? Ne, oder? Ist das vielleicht Charlotte? Künstlerin und so? Maybe Tragically, now isn't the time to check out the rest of Haven Ah, dachte ich mir Okay, also wir können uns frei umgucken, aber noch ein bisschen eingeschränkt, okay Ah, die wollen jetzt einer hier kaufen Ja Ja Auf jeden Fall Ja, da wird sich nichts finden und das fürchte ich auch Okay Ja Ja Ich bin fertig Schön, dass du es hörst Ich schreibe das Kontraste und kenne dich morgen, um die nächsten Schritte zu sprechen Mhm, da lässt sich also noch jemand hier nieder Ja, ist bestimmt auch kein schlechter Ort dafür Was haben wir hier? Outfitters Schön zu wissen Ah Hipsters können an dieser Altitude überleben Wann da rein? Ah, schade Es wäre natürlich cool, wenn man hier noch so ein neues Outfit kriegen könnte Hm Schade, schade, schade Ski und Bike Ah Oh stimmt, im Winter kann man hier bestimmt auch gut Skifahren, Mensch Oh Ups Ich darf nicht durch das Blumenbeet laufen Besser ist Das ist Bullshit Wir haben ein Recht zu wissen, was zu unseren Jobs passieren true Na, ich glaub's nicht Jedenfalls nicht, wenn sie nicht gezwungen werden Ja, weil sie uns nicht sagen, was sagen Ich kann nur noch nicht meine Hände um es Wenn jemand sterben Es ist eine schade Situation Aber das Leiste, was sie können können, ist zu uns über unsere Arbeitssicherheit Arbeitssicherheit Exakt Ich gebe Typhon 8 Jahre in meinem Leben Und sie können mir nicht eine einfache Antwort auf meine Arbeit geben Typhon gibt keine Schade über niemanden Ja Ich hoffe, dass die Leute passen in die Welt Ich hoffe, dass die Leute passen in die Welt Also Nach dem Motto Oh gut, der ist halt weg Naja, die können wir ja ersetzen Dann stellen wir halt einen neuen Nein Oh, stehst du hier wie angewurzelt? Windchimes Die originalen Jamband Aha Einer Doktor hat mich zu Meditation versuchen Ich habe immer nur schlafen Steht doch da, bettaslieb Also hat doch funktioniert, ich guess Hat's doch funktioniert Ja, lass mal jetzt nicht meditieren gehen, glaub ich Es ist vielleicht eine gute Zeit, die Dispensarie zu schauen Jed hat gesagt, Charlotte möchte mit mir sprechen Ja, ja Ach, sind das nicht die mit dem Sind das nicht die mit dem Sind das nicht die mit dem Der ein Date wollte? Äh, Klasse Äh, vielleicht Ja, probier's nochmal Ja, ich hab immer einen Bein mit Katie Du solltest kommen Ah Oh, ich... Ich hab nur die zwei von uns Das ist das nicht die mit dem Ich hab nur noch nie Es muss sein, wenn du die Dispensarie zu schauen hast Er hat sogar geblickt, aber er sieht es halt nicht ganz ein, alles klar. Ja, ich hab's verstanden, ist okay. Da möchte ich ganz kurz was einwerfen. Also sie möchte sogar eigentlich mit ihm ausgehen, aber sie tut es nicht, weil er ihr bester Freund ist und sie Angst hat, ihren besten Freund zu verlieren. Ich fühle das auf einer sehr persönlichen Ebene. Und ich kann es nicht nachvollziehen, so. Ich meine, guck mal, ihr seid jetzt gute Freunde oder beste Freunde, wie auch immer. Wenn es funktioniert, cool, I guess. Da seid ihr zusammen. Und wenn es nicht funktioniert, ja cool, I guess. Dann seid ihr halt wieder nur Freunde, so. Oder? Also, warum muss man immer so in Absoluten reden? Ne? Oder denken? I don't know. Es könnte doch alles so viel einfacher sein, Leute. Es könnte alles so viel einfacher sein. Macht's doch nicht so schwer. Oh, apropos schwer. Hi. Du hast es bestimmt auch nicht gerade so einfach, Nash. Sie scheint ziemlich erschrocken. Wenn er innozentig ist, warum ist er so wie das? Wie wie? Das fragen wir uns alle. Das fragen wir uns alle. Ähm, warte mal. Ne, ich soll zum Blumenladen. Okay, ja. Nicht, dass ich jetzt auch so sehen, hier mit ihr mein Ziel aktiviere. Alex. Hey. Bruder muss los. Gerade erst gesetzt. Okay, muss dann los. Ciao. Alles klar, ich bin raus. Soll ich direkt Mac ansprechen? Naja. Komm. Oh, well done. Woher soll sie das wissen? Woher soll sie das wissen? Ich hab übrigens, fun fact, nochmal den Part durchgeskippt, wo wir das, äh, mit dem Anruf war. Wo es mit dem Anruf war. Wir haben nicht mitbekommen, dass Gabe am Telefon geredet hat. Er hat das Telefon genommen und er hat gesagt, er hat bei dem Sicherheitsteam hier irgendwie vor Ort angerufen und, äh, die regeln das. Wir haben nicht mitbekommen, dass er telefoniert hat. Vielleicht hat er auch bei einem anderen Team angerufen, als da, wo Mac eingesetzt war. Wir wissen das nicht. Also, das ist schwierig. Warum ist das unterstrichen? Ah, weil ich das jetzt gerade rausgefunden habe durch meine Kraft wahrscheinlich, als ich ihre Gefühle gecheckt habe gerade. Und darauf kann ich jetzt anspielen wahrscheinlich. Das war bei Life is Strange 1 jedenfalls immer so. Dinge, die unterstrichen waren, hatten mit der Power zu tun von Max, ähm, was man dadurch rausgefunden hat oder so, oder was man dadurch freigeschaltet hat irgendwie so. Also, im Normalfall würde ich jetzt sagen, okay, und ihr quasi den Freiraum lassen, den sie vielleicht braucht, aber... da ich diese Option jetzt extra schon so vorgehalten kriege. Ja, das ist halt, ne. Ich mein, klar, er fühlt sich jetzt halt hier in die, ähm, schuldigen Rolle gedrückt quasi, ne. Aber... Warum solltest du mit ihm mitkommen? Du hast mir einen Schluss gemacht. Hm? Hm? Ich bin Angst, dass er etwas Schmerz gemacht hat. Rei. Danke für mich zu erzählen. Du verdienst das Wahrheit. Ich weiß, dass du und Gabe sind close sind. Wahrscheinlich ähnlich gut wie wir alle hier, ne? Ich miss ihn so viel. Er war wie ein älter Bruder für mich. Warte, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, was diese jeweiligen Antworten implizieren. Das eine impliziert, dass sie gut für ihn war, das andere als er gut für sie war. Freu mich, dass er dich hatte. Danke, Alex. Wirklich? Du und Eleanor sind nahe. Sie hat mich immer, seit ich klein war. Ich wusste niemals wirklich meine Mutter, aber sie hat immer da für mich gewesen. Wer war Eleanor jetzt nochmal? Was denkt sie, dass sie dich nach Schule gehen? Sie ist gefühlt. Ich denke, sie will nur, dass sie mich glücklich sein wird. Hm, das wollte Ryan auch. Äh, Gabe. Lol. Hm. Das ist wirklich süß. Sie ist die größte selbstbewusste Person, die ich weiß. Sie ist glücklich, dass du dich haben. Dankeschön. Ja, dann muss ich wohl los, ne? Ich muss gehen. Es gibt ein paar Dinge, die ich tun muss. Ja, ich sage ihr lieber nicht, dass ich vorbehe, mich mit Mac zu unterhalten, ne? Das lassen wir lieber mal. Wir sprechen bald? Ja. Ja, klar. Es gibt so einen Twitter-Account, der heißt Can you pet the dog? Oder so ähnlich. Der einfach Spiele postet oder aufzählt. Ähm, in denen man halt unterstreichen kann. Oh. Aha. Naja, simple jedenfalls. Effektiv würde ich jetzt mal bezweifeln. Erstens ist es eine Ecke, die man kaum sieht. Und zweitens, was bewirkt sie damit schon, ne? Außer, dass sich irgendjemand, dem das Haus gehört, massiv darüber aufregen wird. Also, ja. Ist jetzt so semi-effektiv. Feier ich jetzt nicht so. So, gegen sowas hier habe ich nichts. Sowas fühle ich. Jed sagte, Charlotte will mit mir sprechen. Aber dieses sinnlose Taggen einfach irgendwo drauf schmieren, so fuck this and that, das ist einfach nur so unglaublich dumm und... Ah. Ja. Ach guck, das Silver Dragon ist die Apotheke. Ah ja. Gut, die Apotheke sollten wir auch noch aufsuchen, ne? Dann machen wir das da einfach mal gerade. Ups, komm, rein da. Wir arbeiten uns Stück für Stück vor, Leute. Sorry. Was? Oh. Ja, und du bist Diane, die bei Ducky saß, ne? Mhm. Die von Typhon. Ich wusste nicht, dass ich ihn gut wusste, aber ich konnte sagen, dass er ein großes Herz hatte. Oh. Ich bin sehr entschuldig für deine Verlust. Danke. Naja, das war die von Typhon. Hm. Mhm. Untertitelung des ZDF, 2020